Ich wünsche allen einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einem kurzen technischen Marktupdate, den Risikoinvice gibt es natürlich wie immer vorab, der handelt mit CFDs, der ist mit gewissen Risiken verbunden, dessen sollten Sie sich bewusst sein und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich keine Handelsempfehlung ausspreche, es geht direkt los, wir gehen rüber in die X-Station und wir fangen mit dem DAX Future an, der hat nämlich heute im vorbörslichen Handel bereits ein neues Rekord hoch markiert, die Frage ist, kann der Bruch per Wochenschlusskurs bestätigt werden, aktuell gibt es wieder einen leichten Rücklauf, aber eine zweite Chance könnte es dann vielleicht im Laufe der europäischen Sitzung geben, ansonsten wäre ein Rücklauf möglich in Richtung 16.125 Punkte, warum, das ist das Ausbruchsniveau, wo der Markt letztendlich sich weiter nach oben kämpfen konnte. Der Nasdaq Future steigt auf ein 13 Monats hoch und erreicht fast die psychologische 14.000 Punkte Marke einen Wochenschlusskurs über dem August hoch, würde natürlich nicht nur den mittelfristigen Aufwärtstrend bestätigen, sondern könnte auch eben den langfristigen Abwärtstrend beenden. Euro-Dollar baut die Korrektur für eine dritte Woche in Folge aus, erreicht aber jetzt eine wichtige Unterstützung bei 1.0759, wichtiger Hochpunkt gewesen, der Bruch und dann die Verteidigung, also viel Aktivität und hier wird es sich jetzt eben entscheiden, Erholungsversuch oder eben das weitere Abdriften nach unten, was wahrscheinlicher ist, das bespreche ich in meinem Video auch von heute Morgen, schaut da gerne mal rein, den Link gibt es natürlich wie immer unten in der Beschreibung, schauen wir uns aber auch nochmal ein paar andere Märkte an. Gold fällt auf den tiefsten Stand seit anderthalb Monaten, jetzt gibt es einen leichten Erholungsversuch und hier geht es jetzt um folgendes, entweder läuft der Markt hier in diese ganzen Tiefpunkte rein ab 1.949 Dollar, das ist aktuell das wahrscheinlichere Szenario, andererseits haben wir noch einen wichtigen Tiefpunkt hier unten bei 1.969 Dollar, also eine positive Überraschung wäre dann, wenn der Markt sich hier im Laufe des letzten Handelstages der Woche dort wieder zurückkämpfen könnte, das würde zumindest die technische Situation wieder etwas entspannen. Die Ölsorte WTI durchbricht in dieser Woche die wichtige Widerstandslinie bei 71,66 Dollar, wichtiger Hochpunkt gewesen oder ein wichtiges Zwischenhoch, der Bruch, dann der Kampf in der Vorwoche und jetzt eben die Rückkehr darüber. Das sorgt eben für eine gewisse Stabilisierungstendenz und damit könnte die vierwöchige Verlustserie beendet werden und der wichtigste Widerstand ist aber auch schon wieder bei knapp 74 Dollar zu finden, also diesen Bereich müssen die Bullen eben knacken, um letztendlich weiteres Aufwärtspotenzial freizusetzen. Der Bitcoin hält sich wiederum über einer wichtigen Unterstützung und zwar ist das die Marke bei 26.630 Dollar, wichtiger Tiefpunkt gewesen. Hier gab es einen Fehlausbruch, also Fehlausbruch Nummer 1, Fehlausbruch Nummer 2 und vielleicht könnte das auch der dritte Fehlausbruch sein. Wir sehen also, dass diese Unterstützung respektiert wird, zumindest im Momentaufnahme, aber das ändert eben auch nichts an der Tatsache, dass wir hier weiterhin eine Seitwärtsphase haben. Die Seitwärtsphase muss nach oben aufgelöst werden, der Aufwärtstrend ist intakt, deswegen das wahrscheinliche Szenario, dass wir den Aufwärtstrend durch höhere Rufs bestätigen, aber wenn eben diese Marke nicht hält, dann könnte der Markt erstmal weit abdriften und zwar mindestens bis zu diesem Ausbruchsniveau bei 95.200 Dollar. So, das war's von mir. Lasst gerne einen Daumen da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Ich wünsche natürlich viel Erfolg für heute und auch schon mal ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.